Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Tales of Vesperia hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge sind wir hier in Baktion reingekommen und müssen entsprechend... Ähm... Steil retten? Hör auf! 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 Ich kann es nicht so gut sehen. Oh, ich hab jetzt wieder zurückkehren. ja dann kann ich dann nochmal zurück ich bin ja 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 es fehlt noch eine eine fähigkeit der lebensbüro ist hier vielleicht beim anderen auch mit dabei ja nicht meine ich habe auch so viele ja ja da lassen wir es erst mal So, nochmal auffrischen und dann geht es los. Äh, okay, ja, nochmal. Äh, hier ist nichts anderes. Äh, welchen Gegenstand könnte ich jetzt nochmal die abhalten? Nehm es nicht, da. Ah, ja, nein, 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 nein. Oh nein. Das war's für heute. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im out 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 Und echt, ey, mit drei Tatsachen können wir nur noch... Oh, Mann. Na, Freunde, dann müssen wir das halt beim nächsten Mal noch machen. Und ich sage erst mal noch, ciao, ciao, wieder hin und bis dahin.